Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg Challenge. Wir haben Tag Nummer 32 und wir stehen auf Rang 12 mit 49 Punkten. Ja, größer wird die Zahl nicht mehr leider. Das liegt einfach daran, dass wir immer mehr Gebiete verlieren bzw. immer mehr Schaden nehmen. Denn eine weitere Offensive aus Norwegen steht gerade an, kommt gerade hier in Belmopan, einer unserer wichtigsten Produktionsprovinzen, an. Und das richtet mal wieder größeren Schaden an. Mal wieder aber wird es ein großes Desaster werden für Norwegen. Ich weiß nicht, was die sich hier erhoffen. Wir haben hier das unter großem Kreuzfeuer mit mehreren Artis Eisenbahngeschützen, das volle Programm. Und sie werden hier ein weiteres Mal über 60.000, 70.000 Truppen verlieren. Das wird wieder mal eine komplette Katastrophe für Norwegen werden. Vor allem, weil das schon lange, lange absehbar war. Sie haben hier seit gestern Truppen gesammelt vor Orlando. Das heißt, der Angriff war lange schon sichtbar gewesen. Es war klar, was sie wollten. Sie hatten Schiffe gesammelt südlich von Kuba. Und dadurch war schon die ganze Zeit klar gewesen eben, was hier passieren wird, wann das kommt. Das war alles keine Überraschung. Und sie haben auch bereits hier schon wieder den ersten Kreuzer verloren von ihrer kleinen Flotte. Und wieder mal geht ein Angriff von Norwegen in die Hose. Wie auch der Angriff von Norwegen gestern hier auf Mexiko-Stadt eine weitere Heeresgruppe vernichtet, weitere Artis zerstört. Alles, was überlebt hat, sind diese Truppen hier. Die 387. Armee, bestehend aus drei Artis und knapp 80.000 Infanterie. Also es läuft für Norwegen wirklich gar nicht gut. Und sie sind vor allem wirklich so ein bisschen ungeduldig, muss man sagen. Sie könnten ja schon längst ihre Truppen einfach gesammelt haben. Die Einheiten von vorher, von den Angriffen der letzten zwei Tage, hätten heute mitkommen können, hätten mir deutlich mehr Schwierigkeiten bereitet. Gerade die Schlachter hätten das schwierig gemacht für mich über Nacht, wenn sie hier angegriffen hätten. Aber nein, sie haben wieder mal alleine angegriffen, ohne auch auf ihre Allies zu warten, die irgendwo noch hier sind. Ich glaube, irgendwo hier ist auch Äthiopien aktuell aktiv. Aber, naja, dadurch eben wird das hier für Norwegen wohl fürs erste Mal wieder nichts. Und auch Australien hat hier viel verloren. Wir haben einen großen Teil ihrer Truppen zerstören können. Wir schauen kurz nach und sehen hier knapp 40.000 Verluste auf Seiten von Australien. Die 7.000 bei uns, die kommen primär hier leider von Hawaii. Denn da haben sie jetzt endlich mal drei Kreuze hingebracht. Und die bomben wir denen jetzt seit gestern hier schon Honolulu und Hana und haben da auch entsprechend bereits Verluste verursacht. Zum Glück haben wir hier gute Festungen. Das heißt, wir halten hier lange durch. Aber langsam vernehmen wir dort auch Truppen. Aber ja, Norwegen hat hier immer noch Schwierigkeiten. Sie kommen einfach nicht durch. Klar, wir sind wirtschaftlich ziemlich am Ende. Also unsere Nahrungsproduktion generell mit dem Verlust von Neva Girona ist wirklich nicht ideal. Und wir haben auch leider aktuell keine Möglichkeit, irgendwie einen Gegenangriff zu starten auf die Inseln hier auf die Karibik. Denn wir können einfach uns nicht so behaupten im Golf von Mexiko, wie ich gehofft habe, und in der Karibik. Wir haben einfach keine Lufthoheit mehr leider. Auch wenn wir ganz gut deren Flugzeuge zerstören, zum Beispiel haben wir gestern Abend auch einen Bomber abgeschossen, kommen wir nicht mehr wirklich in die Lage, irgendwie eine Offensive zu starten. Auch weil uns die Infanterie langsam ausgeht. Wir haben keine so gute Produktion mehr, weil ja auch die Moral langsam sinkt. Und das merkt man dann schon auch in unseren Offensivfähigkeiten. Die sind einfach nicht mehr da. Aber wir können zumindest noch ganz gut verteidigen. Da kommen sie uns nicht wirklich nahe und werden uns auch nicht wirklich gefährlich. Also ja, insgesamt läuft es hier aktuell für uns super. Wir verteidigen. Wir werden hier gleich nochmal in einer Minute ein großes Feuer eröffnen auf die Truppen, die bei Bermopan landen. Jetzt bereits hier schon fehlen 10.000 Truppen im 261. Infanterie-Korps. Das ist für Norwegen wirklich eine Katastrophe. Ansonsten haben sie auch endlich mal Snake River angegriffen mit ihr Arty und mit Infanterie seit gestern schon. Ich hatte dann auch kurzzeitig hier mal Richtung Denver und dem Süden hier Südakota einen Angriff gefahren. Den konnten sie aber abwehren und jetzt greifen sie uns an. Aber sie haben auch hier bereits 12.000 Truppen verloren im Kampf um die Festung. Also auch da wieder eine große, ja fast schon Niederlage eigentlich für Norwegen. Hohe Verluste. Aber immerhin werden sie es endlich jetzt mal einnehmen können. Sie haben auch die föderierten Staaten eingenommen. Sind dann wieder im Frieden jetzt mit einer weiteren Nation. Trotzdem ihre Moral hier in den neuen besetzten Gebieten immer noch schlecht. Sie haben quasi keine Provinz, die hier effizient produziert bislang. Was ihre Wirtschaft wirklich sehr schädigen muss. Also sie kommen zwar noch ganz gut klar, weil sie einfach so viel haben. Aber ihre Moral ist jetzt überall nicht perfekt. Also Norwegen sieht also auch hier schon jetzt nicht mehr so gut aus. Sie haben jetzt hier schon Moral verloren, auch in ihren Heimatgebieten hier. So ein paar 90 Prozent. Das heißt, Norwegen geht es gar nicht mal perfekt. Die haben schon durchaus so ein paar wirtschaftliche Issues. Und wenn sie uns nicht bald besiegen, dann wird das immer schlimmer werden für sie. Also ich glaube, sie haben langsam so ein bisschen die Kontrolle verloren über die wirtschaftliche Lage. Die Provinzen hier tun ihnen sehr weh. Die Produktion ist eben auch stark. Die muss auch stark sein von ihrer Seite aus, weil sie eben immer mehr verlieren gegen uns und nie wirklich nachkommen mit der Produktion. Aber ich denke, trotzdem wird sie nichts daran stoppen, hier diese Runde zu gewinnen. Sie stehen jetzt bei 1150 Punkten. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel, bis der Rundensieg erreicht ist. Was aber fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, noch Gebiete einzunehmen. Denn da ist nicht mehr so viel. Klar, da ist noch hier die Fernöstliche Republik und theoretisch auch der Iran und Kasachstan und Turkestan, die ja noch die letzte verbleibende gegnerische Koalition sind. Aber für den Rest der Allianz bleibt nicht mehr viel, bis auf Argentinien. Wo jetzt auch, wie ich gerade sehe, Polen gelandet ist und ja auch Australien. Die haben auch endlich mal die Hauptstadt eingenommen. Das heißt, hier ist bald vorbei. Und ich nehme auch stark an, dass Argentinien dann heute in drei Stunden AFK gehen wird. Aber mal schauen, ob das reicht an Punkten für sie. Ich glaube nämlich nicht fürs Erste. Aber wenn Australien hier alles richtig macht und die Moral gut in den Griff bekommt, dann sollten die auch in der Lage sein, hier sehr bald eben die entsprechenden Punkte zu bekommen. Und wenn Australien, oder nicht Australien, aber Argentinien dann inaktiv wird, dann werden die auch noch mal ein bisschen hier Trouble haben im Kampf. Müssen dann noch die ganzen Infanteristen von Argentinien bekämpfen. Das wird auch noch mal ganz gut sein. Und ich denke, dann haben wir auf das Erste noch ein bisschen Zeit, bevor wir hier noch mal Eltirgriffe verteidigen müssen. Was natürlich der Punkt dann sein wird, ist, dass wir dann irgendwann von drei Seiten oder von vier Seiten sogar von See auch noch angegriffen werden. Dann wird es irgendwann auch zu viel dann für uns. Wir verlieren ja jedes Mal doch ein paar Truppen und auch Infrastruktur. Wir verlieren Einheiten. Das heißt, wir werden auf Dauer hier natürlich nicht halten können. Also unendlich lange wird das nicht gehen. Aber wir werden hier trotzdem weiter eine richtig schwere Festung sein. Und ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass wir bis zum Ende der Runde aushalten könnten. Das ist mein Plan aktuell auch. Meine einzige Versuchung ist eben, die Runde zu überleben, so gut es geht. Bis sie dann eben an den Punkten endet. Ich will einfach Norwegen diesen Sieg nicht gönnen. Und deshalb greifen wir immer wieder gegen an, nehmen hier Gebiete ein, klauen ihnen Ressourcen und so weiter, fahren kleine Gegengangriffe, versenken deren Schiffe. All solche Sachen eben einfach, um es Norwegen mal so ein bisschen zu zeigen. Denn ich finde es auch wirklich spannend zu sehen, dass Norwegen ja eigentlich so eine gute Statistik hat. Die sind auch eigentlich sehr erfahren, Level 11 immerhin. Wir haben eigentlich ganz gute KDA auch gehabt bisher, gute Win-Ratios. Aber gegen uns haben sie das alles komplett in den Sand gesetzt. Also ihre Arti-KDA ist komplett hinüber, ihre Marine-KDA ist komplett erledigt. Also sie hatten eigentlich überall positive KDA. Aber jetzt ist das alles verloren gegangen, weil sie eben so, so viel gegen uns einfach geopfert haben ohne Grund. Und das, ja, das zeigt sich jetzt. Finde ich einfach spannend, das zu sehen. Wir haben gerade auch hier mächtig reingehauen mit der Arti. Wir haben jetzt hier nochmal viele Truppen vermutlich mal vernichtet. Wir können kurz schauen in der Zeitung. Wir haben gerade San Luis Potosi eingenommen. Und die Verluste liegen bei 1,3 Millionen. Also schon krass. 1,3 Millionen gegen Argentinien dann auch nochmal viel. Wir schauen mal kurz, wo Argentinien ist. Hier nicht. Aber vermutlich gestern vielleicht noch irgendwo oder auch nicht. Argentinien, hallo, nein. Aber vielleicht vorgestern, da haben wir noch was eingenommen. Genau hier. Argentinien liegt bei 582.000. Das heißt, die 2 Millionen, die werden wir bald erreichen. Auch mit den Verlusten von Australien zusammen noch genommen. Das ist jetzt schon krass dann. Also 2 Millionen Verluste versus irgendwie von unserer Seite aus 600.000, 700.000. Das geht. Das geht durchaus klar. Und noch ist der Krieg noch lange nicht fertig. Denn sie werden sicher wieder mal einen Angriff fahren. Sie werden sicher wieder hier nochmal reinkommen. Sie werden die alle hier verlieren. Sie werden die Schiffe verlieren. Wir haben auch unser U-Boot, das hier gerade nachstellt. Sie werden noch viel, viel mehr verlieren. Und sie machen dann auch Sachen wie Argentinien eben mit diesen zwei freien Artis hier. Was soll das? Warum sind die da? Keine Ahnung. Aber sie sind ein gefundenes Fressen für unsere EBGs oder für unsere Jäger. Also ja, das macht einfach keinen so großen Sinn. Sie machen sehr komische Aktionen. Und das war auch für sowohl Norwegen als auch Argentinien so ein bisschen der Downfall hier. Und ja, klappt einfach nicht ganz so gut. Nicht so, wie sie das wollen. Ist einfach nicht ideal gespielt. Und damit werden wir einen weiteren Tag überleben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.